Oh, das ist der Endboss. Echt? Ja. Also wenn du jetzt M drückst. Ah ja. Zwei nach unten könnten wir noch. Die Portale haben wir noch nicht gefunden. Besser gesagt, eins davon. Wollen wir kämpfen? Keine Ahnung. Zum Schluss. Ja, komm, dann schaffen wir. Okay. Ach, das war er gar nicht. Ach du Scheiße. Jetzt müssen wir mal aufpassen. Der spuckt jetzt Zeug. Ja. Wie können wir dann besiegen? Ja, der spuckt jetzt zwei, dreimal Sachen. So, und jetzt müsste er sich aufteilen. Oh, jetzt brauchen wir. Wurmschwänzchen brauchen wir jetzt. Die müssen wir besiegen. Ja. Und jetzt drauf. Drauf auf Mutter. Also von allen anderen Würmern brauchen wir nichts. Wir brauchen bloß die Wurmschwänzchen. So, jetzt spuckt er wieder. Ja, da musst du aufpassen. Mies, Alter. Jetzt kommen wir wieder die, jetzt brauchen wir wieder die Wurmschwänze. So, hier ist noch einer. Ja, stirb. So, Achtung, spucken. Auf. Ja, da musst du nach oben gucken. Hier sind Herzen, komm zu mir. Sollen wir die Herzen ein. Und jetzt bloß die Wurmschwänze angreifen. Staubmade, Staubmade, Frostmade. Ja, da bin ich schon. Großwürftmutter. Ich muss mir Heiltränke ins Inventar legen, sonst ist es vorbei. Habe ich dauerhaft? Oh, 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 oh. Ja, das hat weh. Immer nur auf die Wurmschwänze gehen. So, der ist weg. Und da ist noch einer. Gib ihm. Und jetzt wieder drauf. Rettischer Treffer. Oh. Aua. Komm doch, komm doch. So, und jetzt wieder bloß die Wurmschwänze. Hier ist keiner, bei mir ist keiner. Bei mir sind zwei. Ja, die zwei müssen wir kaputt machen. Dann geht er wieder down. Ja, wir sind gut dabei. Noch zwei, dreimal und er geht down. Jetzt werden es gleich drei, oh, fuck. Drei Wurmschwänze. Ja, da musst du immer nach oben gucken. Habe ich jetzt auch vergessen. So, und da hier. Hinten ist einer. Da ist einer. Ich habe einen. Sehr schön. Jawohl, ja. Vergiss nicht jetzt gleich wieder nach oben gucken, wenn er aufsteht. Sonst treffen dich die Giftblasen. Alter, ich muss meine Waffen schon zweimal schleifen. Deswegen sage ich nach oben gucken. War gestunnt? Das ist unfair. So, jetzt kommen wieder... Oh, hier ist gleich einer. Andere Richtung. Andere Richtung. Ich muss gerade weg hier. Und jetzt machen wir ihn fertig. Hier. So, tot. So, jetzt nehmen wir aber noch hier die Dinger mit. Ja. Ach, die kann man gar nicht mitnehmen. Ne. Okay, dann weiter. Palmbucht. Und da gibt es hoffentlich endlich Palmblätter. Wahrscheinlich. Problem ist bloß, dass wir unsere Basis jetzt woanders aufgebaut haben. Regal. Müssen wir halt immer zurückreisen. Ja. Dann sind wir eigentlich schon wieder fertig. Okay. Dann würde ich sagen, hören wir an der Stelle auf. Ich hoffe, er hat jetzt Spaß. Und, ja, er übertreibt es nochmal. Entschuldigung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht mit dem Dede, vielleicht aber auch nicht. Wir wissen es noch nicht. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Portal Knights. Wir sind heute alleine. Die anderen kommen noch dazu. Hoffe ich zumindest. Aber wir nutzen jetzt mal die Zeit. und sammeln ein paar Rohstoffe. Das ist nämlich ganz wichtig. Dass wir hier schon Tränke und was weiß ich alles machen können. So, und ich weiß gar nicht, wo wir stehen. Ich glaube, wir brauchen Eisen. Ich meine zumindest, dass wir Eisen brauchen. Das hat uns letztes Mal so ein bisschen gefehlt. So, warte mal. Ist das Stein? Ich glaube schon, oder? Ach ne, ist Basalt. Basalt brauchen wir nicht unbedingt. So, theoretisch könnten wir auch ein bisschen leveln. Leveln, aber ist ein bisschen unfair für die anderen. Warte mal, was haben wir denn alles im Inventar? Wir können was lernen. Nein. Ist das jetzt weggeworfen? Trank nehmen wir natürlich mit. Okay. Wir können schon mal Portalsteine bauen, glaube ich. Können wir? Wir haben 17 Stück. 17 werden nicht reichen. Hm. Wofür haben wir eine graue Ratte? Ich will die ausrüsten. Haben wir jetzt eine Maus? Jetzt haben wir eine Maus. Cool. Okay, da können wir eine abgeben. Das hier werfen wir weg. Äh, große Käfig-Tür. Komm, braucht keiner. Brauchen wir die? Ich glaube nicht. Rezept für Rakete. Warum nicht? Das war falsch. So, wir haben ein bisschen Platz. Und wir können Portalsteine bauen. Meine Maus hängt ein bisschen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich muss immer... So mittig von denen sind... Egal. Ausrüstung haben die anderen. Das ist das Problem. Aber wir brauchen ja auch noch Portal-Splitter. Damit wir überhaupt das Portal bauen könnten. Und die werden wir jetzt mal sammeln. Au, 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 au. Der ist ein bisschen böse. Äh, ganz kurz wollte ich sagen. Ich will gerade den Heiltrank reinziehen. So, den hauen wir uns kurz rein. Wo sind denn Gegner? Wahrscheinlich da unten. Hier müssen wir aufpassen. Hier ist Wasser. Wir haben letztes Mal schon schlechte Erfahrungen mit Wasser gemacht. So, erstmal hier ein Fäckelchen hinsetzen. Schön alles abbauen. So, ist hier drunter noch was? Und da ist das Dungeon. Schön. Erstmal hat er das einzige Licht ausgemacht, das war... Wir sammeln mal ein bisschen. Gut, der ist doch nicht aussonsten. Das ist einfach nur ein Geheimgang. Und wir sind schon wieder voll. Problem ist, ich weiß nicht, was ich wegwerfen kann. Hier ist ein Sandblock. Wird keiner vermissen. Wir sollten aber definitiv was zum Hochbauen haben. Wir sollten aber definitiv was zum Hochbauen haben. Wir sollten das nicht ins Wasser fallen. Wir sollten das Buch einstecken. Dann bist du ein Wanderer. Ja, das sind wir. Ich muss mich dran gewöhnen, ein bisschen höher zu zielen. Ich weiß nicht, warum die Steuerung gerade so ein bisschen doof ist. Vielleicht vom Raus-und-Reintappen. Das wäre möglich. Nicht ins Wasser. Okay, Fackel. Haben wir hier irgendwo Eisen? Bin mir nicht sicher. Wir gehen einfach mal hier rüber. Ich glaube, da oben ist noch was. So, wieder Ergo. Ergo. Ego-Perspektive. Denn wir wollen ja da hoch. Hallo?